Jetzt sind wir bei der 8. Straße, wir gehen jetzt mal quer, der Ocean Drive, ist die Hölle los. Und eine Straße weiter, werden wir jetzt zum Hotel gehen und werden dann schön im Hotel zwei Abendessen. Es war traumhaft schön auf dem Ocean Drive, Party, Party, Party und es gibt viele Cocktails hier.